Seid gegrüßt und willkommen zurück zu einem neuen Video im neuen Jahr auf unserem Kanal. Heute sind wir zurück mit einem super geilen Tipp und zwar... Wir waren Teppanyaki essen und das ist einfach so lecker, also das müsst ihr wirklich mal erlebt haben und jeder der noch nicht weiß was es ist, schaut es erstmal selbst. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.